Max, ich bin's, Morgan. Ich bin hier. Die Nervenklinik? Wie bin ich denn hier wieder gelandet? Die Kinder schienen so? Echt? Habe ich sie retten können oder drehe ich jetzt total durch? Trägt er Schlotten wie Bärenfüße? Entschuldigung, wie heißen sie? Du machst wohl Witze, Mann. Ich bin der König. Der König von was? Der König des Rock'n'Roll, Mann. Ich bin Elvis. Der Elvis? Aber ich dachte, Sie sind... Sie... Na ja, Sie wissen schon. Tod. Oh, das war alles nur ein Gag. Ist mir am Ende alles zu viel geworden. Musst du mal eine Pause einlegen. Pause von was? All dem Ruhm? Ruhm, Drogen, Messen, was auch immer. Brauchte Zeit, mich auszurummen, auszunüchtern, abzunehmen. Weißt du, was ich meine? Äh, ja. Na, es scheint, als hätten Sie tatsächlich ein paar Pfund abgespeckt seit dem Konzert in Hawaii. Dank dir. Thank you very much. Wo kommt denn diese furchtbare Musik her? Ich wünschte, das wüsste ich. Das Kapler ist echt das Letzte. Wissen Sie was über die anderen Patienten? Das sind keine Patienten. Alles meine Fans, Mann. Und das sag ich dir. Die besten Fans der Welt. Fesches Röckchen, Alter. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Skippy! Wo kommt nur diese furchtbare Musik her? Keine Ahnung, Q-Tip. Q-Tip? Ja, deine Wasserbänne sind aus wie die Dinger, die ich mir morgens ins Ölchen stecke. Wissen Sie etwas über die anderen Patienten? Wissen Sie was über die anderen Patienten? Sehr witzig, Alter. Sehr witzig, Alter. Puh, das stinkt hier unten. Interessant. Das sieht aus, als ob wir mich fressen linden. Entschuldigung, wie heißen Sie? Stand um drauf. Vergiss es besser nicht. Wo bin ich? Im Hof. Ich bin doch nicht verrückt. Ich sollte nicht hier sein. Halt die Fresse. Sonst zack, zack, lippetick. Wo kommt denn diese furchtbare Musik her? Der Doc macht irgendwelche komischen Tests auf der Beobachtungsstation. Was denn für Tests? Woher soll ich denn das wissen, du Made? Ich weiß, dass das irre klingt, aber ich war gerade noch in dieser seltsamen Kleinstadt, in der eine Riesenpflanze die Erwachsenen gekillt hatte. Aber nicht die Kinder. Ah, halt die Fresse! Alles andere als eine freundliche Erscheinung. Entschuldigung, wie war doch gleich die Name? Warum ist der Spinner nur immer so viel labern? Herrgott, nochmal, ich bin Hector. Hector Vazquez. Und jetzt verpiss dich, du Mumie. Wo, äh, wo bin ich? Was gab's denn du im Irrenhaus, du Doofnuss? Warum ist mein Kopf so bandagiert? Weil du so eine verdammt hässliche Krähe bist, Alter. Okay, ich will ehrlich sein. Als die kleinen grünen Männchen kamen um... Schon gut. Können sie sich sparen. Ich bin doch nicht verrückt. Ich sollte echt nicht hier sein. Vergiss es, Rieck. Sogar laber lässt mich völlig kalt. Wo kommt denn diese furchtbare Katzenmusik her? Was denn? Siehst du etwa nicht das Orchester mit all den rosa Elefanten? Scherzkeks. Hm, hast wohl deinen Sinn für Humor verloren, als dein Hinterstübchen durcheinander geraten ist. Ich weiß ja, dass es verrückt klingt, aber ich war gerade in dieser seltsamen kleinen Stadt, wo eine riesige Pflanze alle Erwachsenen umgebracht hat. Aber nicht die Kinder. Na, ist doch klasse. Und warum gehst du da nicht dahin zurück? Weg! Mann, sieht der blöd aus mit deinem Fisch. Entschuldigung, wie ist der Name? Wer zum Teufel bist du denn? Lass mich in Frieden. Kann ein alter Seber hier nicht in Ruhe eine Runde auf dem Kahn hier schlafen? Wo kommt diese furchtbare Musik her? Hä? Ruhe an Bord! Wo schließe ich meinen Rausch aus dem Hafen aufschlafen? Eine Art Kontrollbox für die Wasserleitung. Ich brauche irgendwas, um sie aufzumachen. Eine Platte. Meladonna in A-Duo. Eine Platte. Die Ballade von Captain Nick. Eine Schallplatte. Rockabilly Swing Ding. Oh nein, ihr seid so jung. Ist das ein Arzt? Was schreibt er nur? Oh, ist das ein Kahn. Hallo? Sie müssen Dr. Morgan sein. Hm? Oho! Und wir hatten schon gedacht, wir hätten Sie im Feuer verloren, Max. Wo haben Sie nur gesteckt? Ich war für ein Weilchen irgendwo anders. Ja, gut, dass Sie jetzt in Sicherheit sind, Max. Aber scheinbar geraten Sie immer in Schwierigkeiten, wenn Sie sich absetzen. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass Sie die Kontrolle behalten müssen, wenn Sie gesund werden wollen. Dass ich woanders war, habe ich mir nicht eingebildet, Dr. Morgan. Ich war tatsächlich weg. In einer kleinen Stadt. Mit Kindern. Die waren echt. Die... Okay, Max. Jetzt regen Sie sich nicht gleich auf. Sonst muss ich Sie festschnallen lassen. Aber das wird doch wohl nicht nötig sein, oder? Nein, ist in Ordnung. Ich will ja wieder gesund werden, Doktor, aber mir gehen so viele seltsame Sachen durch den Kopf. Offene Fragen. Neugierde ist eine gute Sache, Max. Und ich wünschte, ich hätte all die Antworten. Vielleicht könnten wir uns ja später nochmal unterhalten, wenn ich hier fertig bin. Was für ein Feuer? Was ist denn passiert? Der Generator ist in die Luft geflogen. Furchtbar, dass so viele oben im Turm waren und wir nicht alle retten konnten. Die anderen? Wovon reden Sie? Verstehen Sie denn nicht, Max? Das Feuer hat die ganzen Zellen im Turm zerstört mit allen Insassen. Sie haben Glück, am Leben zu sein. Keinen scheint das groß zu stören. Weiß denn niemand, warum der Generator explodiert ist? Wir haben den Grund noch nicht gefunden, aber natürlich sorgen wir uns um alle Patienten. Im Moment versuchen wir, jeden zu beruhigen. Macht ja keinen Sinn, alle deswegen noch mehr aufzuregen. Nein, natürlich nicht. Was schreiben Sie denn da? Ich führe einen Versuch durch, über die Auswirkungen von Musik auf die Patienten. Ein Radio. Vielleicht kann ich dann mit Nachrichten von außerhalb hören. WNAP. Es ist eine Neugeborene und deformiert, verkrüppelt und verhält seine Opfer. Im Vergleich zu ihr bin ich der normalste Mensch der Welt. Verzeihung, wie war Ihr Name? Mein Name ist Vera, klingt so nett, hat mein Ehemann verspricht wie Karotten und mit. Wo kommt diese entsetzliche Musik her? Ich mag die Musik, hat einen tollen Rhythmus, wo man mit muss. Wissen Sie etwas über die anderen Patienten? Wären alle gut zu ertragen in meinem Magen. Was meinen Sie denn damit? Hat sie schon klein, dann wirf sie rein in den Topf, schwerer Kopf. Aha, okay. Na, bis später dann. Was der wohl denkt? Pardon, wie ist Ihr Name? John Whitefoot, Max. Erinnern Sie sich nicht? Nein, tut mir leid. Wo bin ich? Im Ehrenhaus natürlich, auf dem Hof. Wir mussten wegen der Explosion die Krankenzimmer im Turm evakuieren. Was für eine Explosion? Der Generator sollte eigentlich diese Woche repariert werden. Schwätze war ein bisschen zu spät. Oh, und was ist mit all den Patienten da oben? Ich fürchte, Sie sind der Einzige, der es überlebt hat, mein Freund. Ich habe als Einziger überlebt? Oh Gott. Wie viele sind denn da oben gestorben? Ich würde mal sagen 15 oder so. Das Feuer hat sich blitzschmell ausgebreitet. Keine Zeit, jemanden rauszuholen. Aber wie haben Sie es eigentlich geschafft? Wenn ich das sage, denken Sie, ich bin verrückt. Versuchen Sie es doch mal. Würde mich wirklich interessieren, wie Sie die Katastrophe überlebt haben. Ich weiß, das muss irre klingen. Aber ich war in dieser kleinen, seltsamen Stadt, wo eine außerirdische Pflanze alle Erwachsenen umgebracht hat. Nur die Kinder nicht. Ach, ja? Ich sehe schon. Sie halten mich für genauso durchgedreht wie die anderen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe meine eigene Theorie, was Ihnen passiert sein könnte. Aber ich bin nicht verrückt. Sollte wirklich nicht hier sein. Das hören wir hier häufiger, mein Freund. Und die wäre? Ich könnte mir denken, dass Sie den Gedanken nicht ertragen konnten, die anderen zurückzulassen. Und daher hat Ihr Verstand Ihnen eine Welt vorgegaukelt, in der Sie sich so lange verstecken konnten, bis es sicher war, zurückzukommen. Die Stadt repräsentierte den Turm. Die Kinder waren die Patienten. Und die fehlenden Erwachsenen waren die Ärzte und alle anderen, die nicht hier waren, um zu helfen. Hm. Vielleicht haben Sie recht. Aber es schien alles so real. Ihr Verstand ist zu den unglaublichsten Dingen in der Lage, Max. In Ihrem Kopf war alles real. Wo kommt denn diese entsetzliche Musik her? Dr. Morgan testet gerade ein paar Theorien, wie Musik Patienten beeinflusst. Ist alt, scheint aber zu funktionieren. Ein riesiger Kerl. Entschuldigung, wie heißen Sie doch gleich? Tja, Max, ich heiße so, wie ich auch gestern geheißen habe. Und vorgestern. Bruce. Bruce Chambers. Erinnern Sie sich nicht? Mann, oh Mann, Sie müssen hier wirklich ganz schön durcheinander sein. Ein Autounfall? Ja. Mal eben das Auto der Schwester abzustauben, war echt nicht die tollste Idee. Jetzt ist Ihr Gesicht brei und Sie erinnern sich an gar nichts. Wo bin ich? Sie waren schon mal hier. Erinnern Sie sich nicht? Nein, sieht mir überhaupt nicht bekannt aus. Es ist der Hof, Max. Sie mögen es hier. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin hier vollkommen verkehrt. Jetzt beruhigen Sie sich mal, Max. Schön ruhig. Aber ich bin doch nicht verrückt. Natürlich nicht, Max. Natürlich nicht. Ich weiß ja, dass das irre klingt, aber ich war in dieser kleinen Stadt, wo diese riesige außerirdische Pflanze alle umgebracht hat. Nur nicht die Kinder. Stimmt genau. Heißt das, dass Sie mir glauben? Oh nein. Ich meine, das klingt tatsächlich ziemlich irre. Jetzt nehmen Sie mal Ihre Pille. Und beim Anblick dieser Figuren soll man einen klaren Kopf behalten? Hat wohl ein Insasser entworfen. Die sieht aber traurig aus. Herr Doktor, sind Sie mein Arzt? Sie sind herzlich willkommen, Max. Ich habe bereits ein Team von Top-Wissenschaftlern bei Mercy. Aber ich bin besonders froh, dass Sie mein Angebot angenommen haben. Dr. Lorten. Herr Doktor, alles in Ordnung? Ich bin ein Doktor? Ich bin in Ordnung, danke. Ja, ich bin ein Doktor, aber ich arbeite hier nicht. Oh. Ich hatte gehofft, Sie sind der neue Arzt. Seitdem mein Freund nicht mehr mit mir redet, bin ich so einsam. Ich brauche jemanden, der ihn heilt, damit er wieder mit mir reden kann. Wer ist Ihr Freund? Craig. Und was stimmt nicht mit ihm? Hat er eine Rachenentzündung? Ich... ich weiß nicht. Vielleicht. Alles, was ich weiß, ist, dass er mich schon lange nicht besucht und schon lange nicht mit mir geredet hat. Ist Craig weggegangen? Vielleicht haben Sie ihn aus der Klinik entlassen und ihm nur nichts davon gesagt. Nein. Er war ja kein Patient hier. Sondern er hat mich nur ab und zu an sonnigen Tagen am Springbrunnen besucht. Warum sind Sie so einsam? Ich meine, es gibt doch so viele andere Leute hier, mit denen Sie reden können. Die mag ich aber nicht. Die sind alle irre. Craig war anders. Groß, dunkel, gut aussehend. Er fand ich sehr hübsch. Ich wette auch, dass Sie sehr hübsch sind unter der schweren Kapuze. Warum verstecken Sie nur Ihr Gesicht? Seit Craig mich nicht mehr besucht, mag ich mein hässliches Gesicht niemandem mehr zeigen. Jetzt hören Sie aber auf. Sie sind doch nicht hässlich. Sie sind nur höflich. Aber mich täuschen Sie nicht. Wohin führen diese schweren Türen? Klingt, als ob jemand drinnen ist. Prediger Bob hält seine Messe. Ich wollte selbst auch in die Kapelle, aber die Tore klemmen. Ich krieg sie nicht auf. Aber wie ist denn der Prediger reingekommen, wenn die Türen klemmen? Der hatte wahrscheinlich Hilfe von seinem Hewie Norm. Mann, das sind schwere Türen. Das sind ja nur Sorgen. Warum haben Sie seine Hände an die Füßen gekettet? Verzeihung, wie heißen Sie? Ich bin der Heilige Norman aus dem Orden Bobs. Dem Orden Bobs? Was für eine Religion ist das denn? Die Wahrheit! Bobs Wort ist die Wahrheit! Er verkörpert Ohren und Augen des Herrn! Oh, glorreicher und heiliger Bob! Bob ist der größte von allen Bobs! Halleluja! Lobet den Bob! Der Prediger scheint sich sehr für die Sünde des Stehens zu interessieren. Ist irgendetwas Besonderes passiert? Oh, höchst erbärmliche und abscheuliche Dinge sind in unserem ehrwürdigen Gotteshaus geschehen. Eine kranke Seele hat das größte unserer Heiligtümer aus dem Hause Bobs mitgehen lassen! Okay, danke, dass Sie mich darauf geklärt haben. Der Prediger scheint ja ganz schön sauer zu sein. Ist er immer so? Nein, aber ein übler Sünder hat etwas sehr Wertvolles aus dem Hause Bob gestohlen. Und daher sind wir sehr vorsichtig bei allen, die uns hier besuchen. Tritt zurück, Bruder! Aber ich will doch nur mit dem Prediger reden. Dann aber bitte von da aus! Exzentrischer Typ! Entschuldigung, wie heißen Sie gleich? Mein Name? Siehst du, Bruder Norman? Dieses verlorene Schaf ist auf der Suche nach der Wahrheit. Auf der Suche nach der Wahrheit, Prediger! Amen, Norman! Ich habe viele Namen, mein Sohn! Aber du kannst mich Prediger Bob nennen! Sie scheinen eine sehr... äh... energische Meinung zum Thema Stählen zu haben. Wie kommt das? Oh, die Schlechten sind unter uns, mein Freund! Sie verbreiten üble Ideen und mangelnde Moral wie eine Pest! Und jetzt haben Sünder sogar die Ordnung im Haus des Herrn entweiht! Entweiht? Wie denn das? Oh, gemeine Diebe haben sich ins Haus des Herrn geschlichen und Furchtbares getan! Ihre treuflischen Hände haben sie ausgestreckt und das Heiligste aller Heiligtümer gestohlen! Wo sind wir nur hingekommen, wenn Satans Werk selbst vor Bob's Gottes Haus nicht mehr zurückschreckt? Höre ich ein Amen? Amen, Prediger! Danke, Norman! Wie sieht dieses Heiligtum denn aus? Vielleicht sehe ich es ja irgendwo... Sie haben das heilige Kirchenkreuz gestohlen, mein Sohn! Güldener in der Kräfte Erbauter des Allmächtigen! Ihre Gemeindemitglieder sehen... Ach, ein bisschen hölzern aus! Das verlorene Schaf erkennt die Herde nicht, Bruder Norman! Öffnet seine Augen, Vater! Ja, Amen! Die Herde meiner Schafe ist etwas ganz Besonderes, mein Sohn! Im Moment sitzen sie so konzentriert beim Gebiet, dass man fast glauben könnte, sie seien aus Holz! Aber in Wahrheit sind sie so sehr aus Fleisch und Blut wie du und ich! Okay, wenn Sie meinen! Die Menschheit verachtet keinen Dieb, wenn ihr nur aus Hunger stiebt... Das kann ich hier nicht gebrauchen! Das wird auf keinen Fall passen! Kein schöner Anblick! Trotzdem muss ich immer hinschauen! Kein schöner Anblick! Das ist für Sie! Aha, sieh einer An, was Skippy unter seinem Röckchen versteckt hat! Oh mein Gott! Alle sind schon klar! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.